Nostalgie. Nostalgie hat es früher eine gute alte Zeit gegeben oder spinnen wir uns vergangene Gefühle gerne zusammen? Um das mal ganz profan und provokativ zum Ausdruck zu bringen. Dir ist sicherlich schon dieser Begriff Nostalgie begegnet, nostalgisch zu sein. Ich werde daraus auch noch ein bisschen zitieren, auch in der Folge. Aber das ist ja so dieser Trend, dieses gute Alte, dieses gute Vergangene, das wir erlebt haben, das du erlebt hast. Früher war alles besser, irgendwie waren die Sommer früher besser. Es gab nicht so schreckliche Unwetter. Irgendwie war es bequemer, es war auch nicht zu heiß. Und im Winter, ja Gott, die Winter waren kalt, das sagen sie allgemein in der Nostalgie. Aber das Vergangene wird praktisch hochgejubelt oder verklärt. Das ist ja der Punkt, diese Verklärung. Früher war wirklich eine Zeit des Guten, Alten und des Besseren. Aber ist es wirklich so? Oder neigen wir in unseren psychologischen Eigenschaften dazu, diese alten Zeiten immer wieder zu verklären und dadurch falsch zu sehen? Denn unser Gedächtnis, das wissen wir schon lange, ist kein Festplattenspeicher, also keine Objektivität, sondern etwas, das sich stets verändert und wandelt und natürlich emotional gefärbt ist. Das ist der entscheidende Punkt. An der Stelle der Verweis auf die Psychologie der Zeit. Wenn du das mal recherchieren willst, ich habe darüber auch ein paar Audioartikel gemacht. Psychologie der Zeit bedeutet, wie verarbeiten wir die Vergangenheit und wie verarbeiten wir die Zukunft? Und natürlich ist die berühmte Gegenwart die berühmte Gegenwart, die einfach so ist, wie sie ist. Aber die Zeiten, psychologisch gesehen oder mental gesehen, spielen schon eine wichtige Rolle in unserem Erleben und damit in der Entwicklung unserer Lebensgeschichte. Das, was eben vergangen war, das muss oder das sollte oder das wäre optimal, wenn es positiv verarbeitet ist. Einfach wegen deiner Identität und wegen der Sinnhaftigkeit deines Erlebten oder deines Lebens. Denn das Leben muss ja irgendwie immer gut dastehen, und letztendlich, weil es das Leben an sich war. Und allein, wenn man das so profan ausdrückt, ist die Psychologie der Zeit und damit eben die Psychologie der Vergangenheit, der positiven Verarbeitung der Vergangenheit etwas ganz Normales und Wichtiges. Und das Gleiche gilt für die Hoffnung, die Hoffnungsmöglichkeit der Zukunft. Also das nur mal so am Rande zunächst mal. Wenn ich eine These aufstelle an dieser Stelle, die Vergangenheit muss sich verklären, um tatsächlich die eigene Identität zu wahren. Das sagte ich ja gerade auch in den Untersuchungen über die Psychologie der Zeit. Vergangenheit muss sich tatsächlich verklären, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich sehr schön, sehr verschnörkelt sein, sehr wundervoll sein, um die eigene Identität zu wahren. Allein schon aus dem Anlass heraus, wie du als Kind aufgewachsen bist in deiner Ursprungsfamilie. Da muss irgendwo der Vater gut wegkommen, auch wenn er gesoffen hat oder irgendwas anderes Schlimmes war. Natürlich sind die schlimmen Erinnerungen dann auch traumatischerseits vorhanden oder können vorhanden sein. Aber letztendlich brauchst du dieses Gute, dieses verklärende und illusionistische Gefühl, um deine Identität tatsächlich halten zu können. Ich habe das immer wieder an Kriegsgenerationen gesehen, also Menschen, die als junge Menschen den Krieg, den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, also so 1928, 1930 rum geboren worden sind und dann eben als Jugendliche und als junge Menschen in den Krieg gerieten, die quasi irgendwo ihre Jugend oder ihre Kindheit von den Kriegseignissen gestohlen bekamen. Das war eine Fürchterlichkeit, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. und die haben oft dazu geneigt, diese Dinge zu verklären und zu sagen, da war etwas gut und wichtig, um sich daran festhalten zu können, um nicht vollkommen in die Verzweiflung zu geraten. Also vollkommen verständlich, wenn wir das psychodynamisch betrachten. Also unsere Kindheit ist immer wieder ein berühmtes Beispiel, weil die Kindheit ist unsere Wurzel. Da wurden wir geprägt. Das war der so wichtige Anlass, besonders in der frühen Kindheit, eine Entwicklung erfahren zu dürfen, egal ob es jetzt wirklich positiv oder ausgeglichen oder negativ war. Ich musste im Nachhinein oft verklären und insofern dann dazu neigen, in der Gedächtnisverarbeitung sie als beschaulich, sie als behütend, und sie eben in dem Ursprung, in dem positiven Nestursprung zu sehen. Also diese Nesthaftigkeit, die wir alle brauchen als Menschen, um uns geborgen zu fühlen und dadurch tatsächlich dann auch entwickeln zu können. Wenn wir an dieser Stelle das Zitat von Google bringen Nostalgie, von Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik und andere Kulturleistungen mehr man wieder belebt. Das ist Nostalgie oder eine griffige Definition von Nostalgie. Das heißt, im Laufe unseres Lebens entsteht natürlicherweise, ich betone das nochmal, natürlicherweise und verständlicherweise immer mehr ein Heimweh nach dem Ursprünglichen. Und wenn wir da dynamisch weiterdenken, dann ist es natürlich auch ein Heimweh, je mehr wir erlebt haben, je mehr Lebensgeschichte wir haben, ist es dann ein Heimweh nach noch etwas Fernerem, noch etwas Weiterem. Es ist ja letztendlich auch die Heimweh nach dem, was waren wir vorher, als wir unser Leben hatten oder was passierte vorher und was kommt dann, wenn du gelebt hast, also wenn dein Tod dann eintritt und was geschieht dann danach. Also es hat sicherlich auch etwas damit zu tun, in dem Sinne von Nostalgiegefühl. Es ist ja auch ein Gefühl des Ursprünglichen, des Guten. Es ist ja auch ein Gefühl des Erlösenden und damit des Heilsbringenden, also Erlösung von diesem Leben oder von den Problemen, die das Leben natürlich beherbergt und für jeden von uns bereithält. Das ist ja das Entscheidende daran. Also insofern ist Nostalgie auch ein umfängliches Gefühl, eine Sehnsucht gerade nach dem Paradiesischen oder nach dem Nirwana, das hat natürlich auch damit zu tun. Das heißt, unser Gedächtnis behält oder konstruiert in erster Linie das Gute, während das Negative, wir wissen es ja aus der Psychodynamik, verdrängt wird oder vergessen wird, unangenehmerweise oder eben typischerweise auch in vielen Fällen leider, das Verdrängte immer wieder hochdrängt und dich am Leben hindert. Das ist ja gar nicht so einfach, das abzuschalten und vollkommen abzuspalten oder vergessen zu machen, weil das letztendlich nicht geht, sondern es unbewusst immer wieder sich hervorbahnt bei der möglichen Gelegenheit. Aber umso wichtiger eben das nostalgische Gefühl, das Gefühl der Aufgehobenheit in etwas, auch wenn es jetzt wirklich nur eine Illusion ist oder eine vergebliche Hoffnung ist auf das Erlösende und damit das Ausgleichende in unserem Leben. Und das brauchen wir als Menschen sehr stark. Und natürlich bedeutet das dann letztendlich, dass das Schöne, so wie wir es nostalgisch verklären, in seiner Einmaligkeit so niemals in unserem Leben existiert hat oder eben doch nur sehr punktuell existiert. Und das sind ja die typischen Glücklichkeitsmomente, die wir immer wieder normalerweise in unserem Leben haben und die wir dann im Gedächtnis ausbreiten und davon mehr machen. Und diese Glücklichkeit, die wir als Menschen stets immer wieder empfangen müssen, geradezu um zu überleben, um das Leben wirklich meistern zu können, tatsächlich auch ausbreiten und davon mehr machen im Sinne der Nostalgie oder der Verklärung oder eben dieser Schönfärbung lebenshistorischer Ereignisse. Insofern, Nostalgie hat es früher eine gute alte Zeit gegeben oder spinnen wir uns vergangene Gefühle gerne zusammen oder ist letztendlich dann doch alles, um das auch nochmal zu sagen, ist dann letztendlich doch alles immer wieder erlöst und damit eben in einer Losgelöstheit von den Ereignissen des Lebens. Also gibt es etwas, auch hier die Frage, gibt es etwas hinter unserem Leben oder in unserem Leben, das wir entdecken können und das ist ja dann oft die Botschaft zum Beispiel von Spiritualität, damit umzugehen, zu sagen, ja, du kannst Befreiung erlangen von dem Problematischen und das ist weder die Hoffnung noch die Illusion noch die Verklärung, noch das Ausgesetztsein in dem Fürchterlichen, sondern wenn du das Leben tatsächlich durchblickst und durchschreitest in deiner Haltung, kannst du Leid beenden. Das ist ja dann deren Botschaft, die so wichtig sein kann. Erwann. Ja.